wenn er sich an den damen zu lassen dass er in den Sitzung zu beenden wo er das ist zu tun nesterleicht wird er er war um oder du machst mit meinem schwer bekanntschaft hat mich einzuschütteln wie gut ich lasse dich vorbei wenn du ein mini-spiel gemeisterst nun ergibt es kein vertun entweder die akzeptiert oder ihr müsst umkehren ich will vorschlag gerne mal ok oh nein Gewonnen! Oh, gut gemacht, nur weiter so! Nun, da gibt es kein Verton. Panzer-Arena. Das ist ein Muss. Ja, so nicht! Ach, nur Ballern, ja. So, drei lehnen wir noch. Ich weiß ja nicht, Leute. Keine anderes Fischfobies. Schön tut weich den Chip-Chip schon aus, wenn wir den Chip-Chip wieder spielen. Haben wir schon mal gehabt? Ach, Hiroshi. Naja, das ist die Leidenschaft, die Spieler waren immer mitleidengestellt. Aber ich darf einfach mal gucken, was es ist, ja? Was mit der? Sag mal sowas, ich muss doch mal gucken, was es ist. Ach das! Was? Okay! Jetzt habe ich sie jetzt immer verloren. Die Hmse ist nicht so gut bei uns. Ach, wir sind jetzt immer更yeonnd. Also, wenn ich noch etwasbaum-Kaar-Kar-Kar-Kar-Kar-Kar-Kar-Kar-Kar. So have immer? Ah, das ist wirklich gut. So, jetzt noch eins. Und dann noch fünf. Bom-bom-pisch. Okay! Ich muss schon die Bom-boms machen, oder? Ja, natürlich. Leute, das machen wir. Leute, das machen wir. Leute, das machen wir. Leute, das machen wir. Das machen wir. Ich versuche das. Los geht's. Ich wollte die Bom-bom-bomber kommen. Ich habe den Genie. Das war sicherRISM. Ich hätte dich bedenkt. Wie soll ich die Bom-bomber kommen? Wie soll ich das tun? Ich muss mir das fertig machen. Aber ich bin schwer. das war spaß die kurzen speichern ja weiter machen nö und immer ist die jahre ich war nicht schlecht kann man so zudem machen mann schiebt gut und vor also wenn wir hier machen es mal weiter nächstes mal geht ein spielblät noch mal aber mit 50 grunden und sehr öfter machen weil ich auf jeden fall noch viel viel bonusmalen brauche um und die sache zu kaufen die wir brauchen will also bis jetzt habe ich vergessen möchtest du immer kommentieren teilen und mich abonnieren bis zum nächsten mal tschüss